Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem Webinar. Heute zum Thema SAP Netweaver BPM. Das Thema hatten wir Ihnen in Anführungszeichen mit Beispielen aus unserem Labor schon in der Vergangenheit, das eine oder andere mal vorgestellt. Umso mehr freut mich es, dass wir heute das Ganze auch mal in der Praxis zeigen können. Und zwar haben wir den Dr. Thorsten Grünewald und den Daniel Busse gewonnen von Böhringer Ingelheim, die uns in den nächsten 60 Minuten etwa etwas aus ihrem Projekt zu dem Thema BPM und Stammdatenmanagement dann auch erzählen werden. Ganz kurz vorab, bevor ich das Ganze auch übergebe, zwei, drei Sätze, mit wem Sie es auch zu tun haben. Die beiden Kollegen werden sich auch selbst nachher kurz vorstellen, kurz mit wem Sie es zu tun haben und ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar heute wird Ihnen vorgestellt. Die, die regelmäßig dabei sind, kennen die Folie schon von Firma IB Solution. Wir sind ein Beratungshaus im SAP-Umfeld, größtenteils im deutschsprachigen Raum tätig und mit deutschsprachiger Raum bzw. Bulgarien dann entsprechend tätig und beschäftigen uns unter anderem mit dem Thema Prozessmanagement und Stammdatenmanagement, wo es heute auch schwerpunktmäßig darum geht. Zum Ablauf des Webinars werde ich jetzt gleich übergeben an den Thorsten Grünewald und Daniel Busse. Falls die eben das Projekt zum Thema Business Process Management vorstellen werden, nutzen das Ganze im Thema Stammdatenmanagement sehr stark, aber auch für Financial Prozesse. Sie sind während dem Webinar entsprechend stumm geschalten, damit wir nicht so viele Nebengeräusche haben, haben aber trotzdem die Möglichkeit, unten rechts auf Ihrem Bildschirm über ein Chatfenster auch entsprechend Fragen zu stellen, die wir dann zum Schluss oder auch zwischendurch, je nachdem wie es inhaltlich gerade reinpasst, dann auch behandeln werden. Nach dem Webinar finden Sie die Unterlagen auf SlideShare bzw. auf YouTube. Auf der Folie hier sehen Sie dann die entsprechenden Adressen, auf YouTube eben auch die Aufzeichnung von dem Webinar heute und darf Sie an der Stelle auch darauf hinweisen, auf die weiteren Webinare, die Sie eben finden unter www.ibsolution.de slash Veranstaltungen, wo Sie sich auch zu weiteren Webinaren für uns dann entsprechend registrieren können. Ja, soweit von meiner Seite, würde dann auch an der Stelle übergeben an die beiden Kollegen von Böhringer Ingelheim, würde ich euch vielleicht kurz bitten, euch zu Beginn auch kurz vorzustellen. Mein Name ist Daniel Busse, ich bin Verantwortlicher im Stammdatenumfeld für die IT-Landschaft bei Böhringer. Alles was mit SAP BPM, SAP MDM, PI, ERP-Systemen zu tun hat, läuft über meine Person. Das heißt, wir haben zusammen mit dem Fachbereich dort eine Applikation gebaut und meine Rolle war dort der Projektmanager auf IS-Seite. Thorsten? Ja, mein Name ist Thorsten Grünewald. Ich arbeite bei Böhringer Ingelheim im Fachbereich in einem Shared Service Center. Meine Rolle ist MDM Lead Architekt. Das heißt, ich habe in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren mittlerweile zusammen mit dem Daniel, mit der IT-Abteilung, das MDM-Stammdatenmanagement aufgebaut. Und eben die Komponenten, die wir jetzt auch gleich vorstellen werden, sind im Prinzip auch unserer beider Ideen zusammen mit IBIS Solution entstanden. Und das werden wir jetzt mal in den nächsten Minuten vorstellen. Zunächst kurz zwei Marketing-Slides, die wir darstellen wollen. Wer ist Böhringer Ingelheim? Böhringer Ingelheim ist eine im Familienbesitz befindliche Pharmaunternehmen. Wir stellen vorwiegend verschreibungspflichtige Medikamente her. Mit einer langen Historie, seit 1885 hier in Ingelheim stand, gestartet. Damals noch mit einem Zitronensäurebetrieb. Mittlerweile machen wir insgesamt 13 Milliarden Umsatz. Wir haben uns also spezialisiert auf bestimmte Bereiche, hauptsächlich die verschreibungspflichtigen Medikamente, wo wir 77% unseres Umsatzes machen. Spiriva, Mekadis, Pradaxa, das sind so die Blockbuster-Raumdicke, die wir haben. Viramone ist auch noch ein Aids-Medikament. Daneben haben wir einen Consumer Healthcare-Bereich von rund 11%. Zum Beispiel die Pharmaton-Produktsparte, Mucosolvaten kennt der einige oder andere, vielleicht gerade im aktuellen Zeitraum mit viel Husten. Das ist ein Hustensaft, der auch für Kinder verbreitet wird. Wir haben eine Sparte von rund 7% Animal Health und einen kleinen Anteil in das Industrial Customer Business, das heißt Lohnfertigung im Bereich der Bio-Pharmazie oder auch der Pharmafertigung. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir ein Shared Service Hender haben bei uns hier bei Böhringer, das sogenannte Global Business Services. Das ist ein Standardansatz, so wie in vielen Firmen heutzutage fahren. Es geht um Standardisierung, Automatisierung von Prozessen, von Konzepten, von Stammdaten, aber auch das Leisten von Services, das heißt der klassische Service Scope. Im Augenblick im Scope haben wir Finanzen, Einkauf, Operations. Ein Teil von HR und IT wird auch ebenfalls im Shared Service Scope sein. Das wird aber noch weiter ausgebaut, das heißt wir stehen da noch relativ weit am Anfang. Das Service Center in der Form existiert seit etwa zweieinhalb, drei Jahren. Wir wollen grundsätzlich alle Länder erreichen, das heißt wir streben ein Global Reach an. Natürlich geht das nicht auf einmal, das heißt wir haben uns eine Roadmap erstellt, die bis 2017 insgesamt geht. Hier mal ein Ausschnitt, das heißt wir haben angefangen mit England, danach kam letztes Jahr Italien, zusätzlich haben wir jetzt noch Niederlande mit draufgehoben teilweise. Brasilien ist live gegangen jetzt im Januar, das war ein großer Meilenstein für uns. Und wir sind schon in der Planung für China und Frankreich dieses Jahr. Und da sieht man die verschiedenen Länder, die jetzt kommen, das heißt es wird geplant, halbjährlich etwa zwei bis fünf Länder auszurollen über die nächsten Jahre, um dann diesen Full Scope zu erreichen. Das Stammdatenmanagement selbst hat mit etwas Verzögerungen gestartet. Das heißt für das erste Land UK hat man das Stammdatenmanagement als noch nicht so wichtig erachtet. Das ist dann erst live gegangen im Zusammenhang mit Italien. Und gleich eben mit einer gesamten Landschaft, die wir jetzt gleich zeigen werden. Ja, wir nutzen das SAP Netweaver BPM. Genauer gesagt, wir nutzen das SAP Netweaver MDM, was das BPM beinhaltet. Das heißt für uns sind die Prozesse sehr eng verwoben mit den Stammdaten, aber wir nutzen eben auch das SAP Netweaver für reine Finanzprozesse, die mit Stammdaten nichts zu tun haben. Das heißt, wir werden beides jetzt in den nächsten Minuten vorstellen. Ein Beispiel haben wir uns mal rausgesucht. Das ist der Prozess der Anlage von Lieferantenstamm. Der Lieferantenstamm wurde ursprünglich requested mit einem Excel-Sheet. Das war ein Formsheet, wo die Kollegen aus den Ländern Eintragungen machen mussten. Also wie heißt der Wender, wie ist die Adresse, welche Bankverbindung und ähnliches. Das Ganze wurde per E-Mail dann an ein MDM-Team geschickt. Diese haben diese Daten überprüft und haben sie dann klassisch ins ERP eingetragen. Dann gab es immer wieder Rückfragen. Es gab Probleme, dass die Daten nicht konsistent waren. Es wurden Duplikate angelegt. Das heißt, das Ganze war sehr aufwendig. Dann wurden weitere Inhalte requested. Das heißt, es wurde gefragt, hat dieser Lieferant überhaupt eine Lizenz, das für uns zu liefern? Hat er einen Vertrag? Es ging ein ständiges Hin und Her, bis diese Daten letztendlich im SAP drin waren. Genau diesen Teil wollte man jetzt abdecken durch das BPM. Das heißt, alles findet heute in dem SAP Netweaver Portal statt unter der Oberfläche BPM und MDM. Auf der Architektur wird der Daniel gleich nochmal kurz eingehen. Wichtig ist eigentlich aus der Sicht des Anwenders, der Anwender lockt sich nicht ein, sondern wir haben ein Single Sign-On auf dem Portal. Er startet direkt die Oberfläche, um einen solchen Request zu starten. Er trägt in diesem Request ein alle relevanten Daten und es findet auch schon eine Vorabprüfung ab dieser Daten. Das heißt, es wird geprüft, ist dieser Vendor vielleicht schon vorhanden, ist es möglicherweise ein Request eines Duplikats, gibt es diese Bank, die der Request da angeht überhaupt und diese Steuernummern für die EU werden abgeprüft über die europäische Tax Regulation. Das heißt, dort gibt es eine Datenbank, da sind alle Steuernummern hinterlegt und dagegen prüfen wir, gibt es diesen Lieberanten möglicherweise schon bei uns und gibt es diese Steuernummer dieses Lieberanten. Danach, wenn der Request da seinen Teil erledigt hat, schickt er diesen Request ab. Er geht an das Stammdatenteam, die prüfen nochmal die Daten, sie geben das dann entsprechend frei und der Prozess geht möglicherweise in ein mehrstufiges Approval. Zeigen wir mal einen Ausschnitt dieses Prozesses. Das heißt, hier prüft der Stammdaten-Requester seine Daten, er guckt diesen Business-Partner, ob es den schon gibt, dann legt er einen solchen Request an. Das kann natürlich auch eine Änderung eines existierenden Lieferanten sein. Wenn dieser Request abgeschickt wird, dann geht er in einen Approval-Schritt. Dieser Approval-Schritt geht hier in den Purchasing-Approval, das ist ein Local-Approval, dann in das MDM-Team-Approval, wo das Team prüft, ob das inhaltlich in Ordnung ist und wenn es sich um wichtige, relevante Daten, also kritische Daten wie Bankdaten handelt, dann gibt es also auch noch das Vier-Augen-Prinzip und dort wird dann nochmal geprüft, ob dieser Vendor, ob die Bank dieses Vendors nicht von demselben angelegt wurde oder erproft wurde, der auch vorher schon das Erprobel des Vendors selbst gemacht hat. Das heißt, hier gibt es auch entsprechende Segregation of Duty, nennt sich das, also das Vier-Augen-Prinzip, was in der Betriebswirtschaft benötigt wird. Wenn dieser Request dann letztendlich geprüft wurde, dann werden die Daten ins SAP hinein, syndiziert nennt sich das im MDM-Slang, das heißt, die Daten werden nach SAP kopiert und der Requester wird benachrichtigt, dass dieser Vendor jetzt angelegt ist. An dieser Stelle würde ich jetzt übergeben an den Daniel, der vielleicht kurz mal die Architektur gestaltet. Ich bringe eine Frage, warte mal Daniel, es gibt eine Frage, wie viele Mitarbeiter können einen Request stellen? Haben alle einen SAP-Account? Vielleicht beantworte ich die Frage noch kurz. Also grundsätzlich Request können alle Mitarbeiter stellen. Wir haben es limitiert auf die, die in den Finanzbereichen sind, die also einen validen Request stellen können. Also alle, die eine Bestellung auslösen können, können grundsätzlich auch einen Request für die Anlage dieses Vendors legen. Die meisten von denen haben auch einen SAP-Account. Ich gehe davon aus, dass es 90% sind, aber es gibt Einzelne, die keinen Account haben, speziell im Management des Leuten, die nur die Freigabe, die müssen nicht notwendigerweise einen SAP-Account haben. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Daniel, machst du weiter? Ja, okay. Dann würde ich jetzt die entsprechende Architektur der Gesamtlösung vorstellen. Wie gesagt, wir haben das BPM, ist ja ein reines Prozessmodeling-Werkzeug, was man sowohl im Stammdatenumfeld als auch in anderen Bereichen verwenden kann, überall da, wo man Prozesse automatisieren und webbasiert darstellen möchte. Wir haben, wie gesagt, für Vendor und Customer und Material das Ganze umgesetzt, im Stammdatenumfeld. Und des Weiteren noch im Order-to-Cache- und A2R-Bereich für die Anlage von Projekten, für das Hochladen von Gutschriften und für entsprechende Voucher-Rückstellungen. Darauf gehe ich dann noch näher ein. Was nutzen wir als zentralen Eingabe oder zentraler Single Point of Truth? Nutzen wir das SAP Netweaver Portal, wo sich der User entsprechend einwählt und je nachdem, welche Rollen er hat, die entsprechenden Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt. Darunter liegt ein SAP MDM, ein SAP Stammdatenmanagement-Tool der SAP, wo entsprechend die Datenhaltung und die ganze Prüfungslogik realisiert ist. Das heißt, der Prozess, den der Herr Grünewald vorhin schon entsprechend beschrieben hat, läuft im Prinzip im BPM ab und wir nutzen die Möglichkeit des SAP MDMs, um diese ganzen UIs, die Sie im Prozess verwenden und die Sie schon teilweise gesehen haben, entsprechend zu generieren. Darauf gehe ich auch in der nächsten Folie nochmal drauf ein. Des Weiteren nutzen wir das SAP BODS, um unsere Migrationen entsprechend zu bewältigen. Das heißt, für Italien, für Brasilien wurden entsprechende Daten aus den Quellsystemen mit BODS ausgelesen und dann in ein MDM beziehungsweise in ein ERP transferiert. Für die täglichen Prozesse, das heißt das tägliche Synchronisieren zwischen dem SAP MDM und dem ERP im Fall von Material, Customer und Vendor, nutzen wir die PI, die im Prinzip die Mittelwähraufgaben dort übernimmt. Es gibt bestimmte Sonderkonstellationen, die historisch bedingt sind, deswegen haben wir noch eine zweite Middleware für Nicht-Subsysteme, aber die wird sukzessive ausgefasst. So sah ein Request für einen neuen Vendor in der Vergangenheit aus. Das heißt, ein reines Formular mit entsprechenden Angaben. Wie Sie auch schon beim Herrn Grünewald gesehen haben, hat das mit Rückfragen einen extremen Aufwand bedeutet und deswegen haben wir das Ganze jetzt in einer webbasierten Lösung umgesetzt. Diese Screens, die Sie hier sehen, werden nicht programmiert, sondern die werden aus dem Datenmodell des MDMs generiert. Das heißt, ich kann relativ schnell neue Felder hinzufügen. Ich kann Prüfungslogik entsprechend dem MDM verankern, die sehr schnell aktiv gestaltet werden kann. Oben drüber sind die Standardkomponenten des SAP BPMs, das heißt, die Task-Informationen, wer ist entsprechend verantwortlich, wer ist der Nächste. Früher wurde das Ganze in Visio entsprechend in diesen schon BPM-ähnlichen oder BPN-ähnlichen Lanes dargestellt. Heute modellieren wir die ganzen Prozesse schon im Tool, das heißt, der Fachbereich setzt sich hin und modelliert den Grobprozess. Wie soll er ablaufen? Wer nimmt daran teil? Welche Steps gibt es? Dieser Ansatz wird dann einfach übergeben an den Entwickler, das heißt, an den IT-Verantwortlichen und der baut diesen Prozess dann noch weiter aus. Das heißt, wir haben keinerlei Prozessbrüche bei der Übergabe dieser Informationen, sondern wir arbeiten alle beide im selben Tool. Der eine etwas auf einem höheren Level, das ist das Business und die IT füllt dann den ganzen Prozess mit Leben und mit UIs. Im unteren Bereich des Screens sehen Sie die UWL, das ist die Universal Worklist, die für alle User entsprechend die Aufgaben, die heute oder entsprechend anstehen, verwaltet. Das heißt, hier hat man eine kompletten Übersicht über seine Aufgaben, die man zu erledigen hat und man wird entsprechend informiert, wenn man dort etwas zu tun hat. Hier mal ein kurzes Beispiel, wie solche relativ komplexen Prozesse auch mit Subprozessen, die in den Gesamtprozess integriert sind, aussehen können. Das heißt, es wird umso komplexer der Prozess und umso länger, umso vielschichtiger der Prozess, umso größer wird dieses Bild im BPM. Jetzt würde ich gerne darauf eingehen, wie wir das Finanzdepartment mit unseren Tools entsprechend unterstützen. Das heißt, auch hier war es früher so, dass der Prozess relativ unterbrochener war. Das heißt, es wurde mit Outlook und Excel gearbeitet, es wurden Requests per E-Mail verschickt und am Ende musste jemand das ins SAP eingeben, nachdem er nach mehreren Rückfragen alle Informationen zusammen hatte und hat dort aus dem SAP gemerkt, ob die Eingabe überhaupt funktioniert. Was wir jetzt vereinfacht haben, ist, dass wir entsprechend die Kommunikationsformen Outlook und Excel entsprechend nicht mehr verwenden, sondern über die Portal-UIs und Portal-Screens entsprechend die Sachen in das Tool eingeben. Wir validieren das Ganze vorab, bevor es überhaupt mit dem ERP in Kontakt kommt. Das heißt, der User hat Möglichkeiten, Excel hochzuladen, er hat Möglichkeiten, Einzel-Requests zu stellen, aber er kann auch 50 Buchungen, 50 Gutschriften für die Credit Notes entsprechend gleichzeitig hochladen. Das würde ich jetzt hier noch mal ganz kurz näher erklären. Das heißt, der User gibt es ein. Man hat in der Mitte des Bildschirms hier mal so eine Maske, wie das aussieht, wenn Sie in Excel hochgeladen haben. Das heißt, es wird in Tabellenform dargestellt. Man kann die Tabelle validieren in diesem UI, er prüft auf vorhandene Kostenstellen, er prüft auf vorhandene Accounts, der Account überhaupt fürs Buchen ist vorgesehen. Also vielerlei Prüfungen sind hier verankert. Die aber aus dem SAP gezogen werden. Das heißt, es sind keine Prüfungen, die jetzt hier im Screen oder in der Maske irgendwie hart codiert sind, sondern es sind dieselben Prüfungen, die Sie auch hätten, wenn Sie den Request einzeln im ERP eingeben würden. Danach, nachdem alles eingegeben ist, machen wir ein Test-Booking. Das heißt, wir führen einen Baustein auf ERP-Seite testweise aus und gucken, könnte diese Kombination an Daten denn verbucht werden. Sie sehen hier unten im unteren Bildabschnitt die Fehlermeldung bzw. Erfolgsmeldung, falls das Test-Booking funktioniert hat und nur dann kann der Requester überhaupt diesen Request an den Approver weiterleiten. Das heißt, nur wenn ein Test-Booking erfolgreich war, geht der Prozess überhaupt weiter. Und damit sieben wir schon mal sehr viele Requests, wo noch Daten fehlen, wo falsche Kostenstellen eingestellt sind und mangelnde Datenqualität herrscht, sieben wir vorher aus. Danach kommt es, wie gesagt, zu den Key-Usern. Die Key-User hatten in der Vergangenheit mehr damit zu tun, die Daten zu korrigieren und entsprechend nachzufragen, was sind denn die richtigen Informationen. Jetzt haben sie im Prinzip nur noch die Aufgabe, das Ganze zu approven. Das heißt, sie gucken sich den Request an. Sie haben auch keine Möglichkeit mehr, was zu ändern. Sie haben nur die Möglichkeit, das Ganze zurückzuschicken. Das heißt, sie können mit Anmerkungen das Ganze zurückweisen, sodass es auch einen gewissen Lerneffekt bei dem Request gibt. Und wenn der Approver dann, der aus dem Finanzdepartment, das Ganze freigibt, dann geht erst wirklich die richtige Verbuchung ins ERP los. Das heißt, dann versucht BPM entsprechend diese Daten auch im ERP zu generieren. Wir sahen uns dann, nachdem dieses Tools BPM einen relativ großen Erfolg im Böhringer Konzern hatte, sahen wir uns gezwungen, eine möglichst effektive Projektstruktur und Ablauf entsprechend zu entwerfen und vor allen Dingen auch technisch in der Lage zu sein, schneller diese Workflows und vor allen Dingen diese UIs, die dort verwendet werden, diese User Interfaces zu generieren. Dafür haben wir mithilfe der IBIS Solution dort eine Persistenzschicht entworfen, womit ich ähnlich, wie ich das im Stammdatenumfeld, im MDM habe, mir die UIs generieren kann, Rollen definieren kann. Das heißt, hier ist es mehr Konfiguration als wirkliche Java-Entwicklung. Damit sind wir in der Lage, auch relativ komplexe Prozesse in sehr geringer Zeit umsetzen zu können und es ist immer wieder verwendbar. Das heißt, wir haben hier ein Standard-Reporting, was jeder Prozess entsprechend bekommt. Wir haben Standard-Möglichkeiten, Rollen zu definieren, Sprachen zu definieren, Feldbeschreibungen zu definieren. Das ist alles nur noch Konfiguration und erleichtert uns die Arbeit im täglichen Business sehr stark. Hier nochmal, hier kann ich entsprechende Feldbenahmungen, wie möchte ich das im BPM benannt haben, wenn es im ERP aber so heißt. Welcher Feldtyp ist es, das kann ich alles einstellen und kann das Ganze dann als Excel runterladen und dann in einer entsprechenden Zielleitschaft wieder hochladen. Das heißt, der Transport hierüber ist auch sehr einfach. Dann hier mal ein Beispiel für die Projektanlage, was ein sehr herausforderndes Projekt war. Wir haben hier die Möglichkeit, in Einzel-Requests entsprechende Projekte, das heißt CapEx-Projekte, anzulegen. herausfordernd deswegen, weil die SAP dort im Standard keine Bausteine zur Verfügung stellt, wie man denn ein Projekt entsprechend anlegen kann. Und der große Benefit auf dieser Seite ist einfach, dass wir innerhalb einer Maske alle Daten sammeln, die ich brauche, um ein Projekt anzulegen und dann im ERP fünf Schritte, die ein Bearbeiter in fünf Transaktionen, in fünf einzelnen manuellen Schritten machen müsste, mit dieser Maske automatisiert durchführen können. Was sind denn die großen Benefits unserer Lösung? Wir haben uns mal ein sehr userfreundliches und sehr einfaches UI. Das heißt, wenn Sie in der Lage sind, Amazon ein Buch zu bestellen, dann sind Sie auch in der Lage, mit unseren entsprechenden Prozessen und Request-Schritten zu arbeiten. Wir haben ein Template-Based Rollout, das heißt, wir nutzen, entwerfen diese Prozesse einmal und rollen sie dann in die Länder aus. Das heißt, jedes Land profitiert dann von dieser Entwicklung und somit haben wir auch einen ROI, der sich entsprechend rechnet, weil umso mehr Länder sie auf die entsprechende Applikation nehmen, umso günstiger wird die Gesamtprojektfinanzierung. Wir haben einen relativ dynamischen Screen-Ansatz, das heißt, wir können sehr schnell auf Änderungen im Prozess reagieren, wir können sehr schnell Validierungen ändern, Screens ändern, Felder hinzufügen und das ist alles sehr einfach zu realisieren und wir bieten die Möglichkeit, wer schon mal mit Brasilien gearbeitet hat, der weiß, wie dort die Vendor-Anlage und Customer-Anlage läuft, wir bieten die Möglichkeit, externe Services in unseren Prozessschritten zu nutzen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel für einen Vendor eine VIT-Validierung machen wollen, dann können Sie über unseren Prozess ganz einfach einen Button drücken, beziehungsweise es wird auch teilweise automatisch aufgerufen und es werden automatisch die VITs für die Vendoren geprüft bei der Anlage eines Vendor. Genau dasselbe gilt für IBAN, dasselbe gilt für CMPJ, das ist eine brasilianische Webservice-Lösung, die dort entsprechend genutzt wird und als neuesten GEMIC haben wir auch Google Maps mit eingebunden, das heißt, wir prüfen die Adresse des Vendors und Customers, um dort Fehlengaben zu vermeiden. Wir haben, wie ich oben rechts schon erwähnt hatte, entsprechend ein sehr effektives und sehr schnelles Eingabemodell, das heißt, wir geben über eine Maske ein und können bis zu fünf, sechs Verbuchungsschritte im Hintergrund durchführen. Wir verlagern die ganze Validierung, die Dateneingabe und die ganze, in Anführungszeichen, Arbeit auf den Requester, das heißt, der Requester muss sicherstellen, dass seine Daten korrekt sind, weil er sonst gar keinen Schritt weiterkommt und der Approver, und das sind die Leute, die wirklich dann Ahnung haben und entsprechend geschult sind, die müssen dann nur noch approven oder zurückweisen. Genau, wir kriegen eine sehr große Transparenz, wie viele Prozesse laufen, wo, wie lange brauchen die Prozesse und wir sehen dadurch, wo wir noch Verbesserungsmöglichkeiten beziehungsweise Effizienzgewinn erzielen können. Ja, und jetzt würde ich wieder an den Herrn Grünewald übergeben, der wird sich dann dem Thema Monitoring und Reporting widmen, was für den Fachbereich natürlich auch sehr interessant ist. Ja, dann, ich sehe gerade noch, da kommt noch eine Frage, wo, vielleicht haben wir die noch. In welchem Tool erfolgt der Kommunikationsfluss? Also, was wir haben, was wir haben, wenn wir einen Datensatz anlegen und dieser entsprechend vom Requester an den Approver freigegeben wird, dann bekommt der Approver eine Mail, das heißt, in der Mail steht drin, der folgende Vendor wurde mit den und den Daten eingegeben, mit einem Link, das heißt, der Approver kann direkt über den Link in das Portal springen und kann dort entsprechend seine Approver machen. Wenn der Gesamtprozess abgeschlossen ist, das heißt, wenn der Vendor erfolgreich im ERP angelegt wurde, dann bekommt der Requester eine E-Mail zugesandt mit den Informationen, welcher Vendor im Moment oder beziehungsweise erfolgreich angelegt wurde. Und, falls es zu irgendwelchen Problemen gibt, das heißt, zum Beispiel, ich habe eine Postleitzahl eingegeben, die die falsche Länge hat, dann bekommt auch der Requester entsprechend eine E-Mail, dass er dort an den Daten noch etwas entsprechend zu tun hat. Das heißt, es gibt keinerlei Mail-Kontakt zwischen Approver und Requester. Das wird alles vom Tool gehandelt und das Tool stellt sicher, dass die Informationen dort fließen. Okay, dann hoffe ich, dass die Frage beantwortet ist. Wir haben uns natürlich auf der einen Seite sehr starke Gedanken gemacht über das Design und die Implementierung dieser Prozesse. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn man etwas ausführt, sollte man auch messen, was man ausgeführt hat, um da eventuell auch wieder Verbesserungen in das Design einfließen lassen. Das heißt, wir monitoren die Anzahl dieser Prozessinstanzen über das gesamte Jahr hinweg. Hier habe ich mal einen Ausschnitt vom letzten Jahr plus Januar diesen Jahres gezeigt. Das heißt, was wir sehen, sind die Anzahl der gestarteten Prozesse, die jeweils im Monat gestartet wurden und möglicherweise offen oder abgeschlossen wurden. Das heißt, wenn wir links anfangen, im Januar letzten Jahres, das war direkt nach GoLive, hatten wir sofort um die 1100 Prozesse für Vendor. Das heißt, da wurden 1100 Requests gestartet für Vendor-Requests. Wir haben auch schon gleich mit einem der nicht Stammdatenbasierten Prozesse, nämlich diesem Credit Mode Prozess, gestartet. Auch da hatten wir direkt instantan 160 oder 161 Prozesse und dann sieht man dazwischen die Zahlen, da sind wir wenige Materialprozesse, drei Prozesse im Januar. Das lief dann bis Juli, August. Man sieht hier die Urlaubszeit deutlich relativ konstant, dass wir so um die 1000 Prozesse hatten pro Monat. Und dann haben wir im September eine neue Version gestartet, nämlich wir haben Customer scharf geschaltet. Das heißt, die Customer Prozesse für England und Ireland wurden drauf geschaltet. Da sehen wir hier direkt 267 Prozesse für Kunden, für die Kundenanlage, 600 für Vendorenanlage und on top eine neue Version dieses Credit Note Prozesses. Der hat direkt zu einer Steigerung geführt, einer Verdopplung. Das heißt, wir haben allein 679 Prozesse gestartet bekommen, die die Anlage von Gutschriften, also diese Credit Notes, machen. Und dann lief das Ganze weiter. Wir haben also Ende November, Anfang Dezember, haben wir eine neue Version des Materialstammprozesses gestartet für die existierenden Länder. Das war Italien und England. Da sieht man also hier eine leichte Steigerung dann schon im Bereich der Credit Notes wieder. Die sind auf fast 1000 gegangen. Und das ist klassisch natürlich zum Jahresende, werden die Gutschriften sehr stark gemacht, dass man die noch schnell vor Jahresende durchkriegt. So, und jetzt haben wir im Januar gestartet den Go-Live von Brasilien am 10. Januar, ist Brasilien live gegangen. Das ist eine Site für uns, die auch im Materialstamm sehr stark tätig ist. Das heißt, in dieser Site wird auch produziert. Und entsprechend ist der Materialstamm von etwa 500 auf etwa 10.000 angewachsen. Und das führt natürlich auch zu einer deutlich erhöhten Anzahl an Prozessinstanzen. Ich habe das gestern Nachmittag mal nachgeschaut. Also wir haben aktuell am 20. Januar hatten wir alleine 2000 Materialprozesse. Das heißt also doppelt so viel, wie wir insgesamt hatten, alleine im Materialumfeld. Die Vendorenprozesse haben natürlich auch zugenommen. Customer hat leicht zugenommen. Und es stehen eigentlich noch die ganzen Credit Notes aus. Die ganzen Gutschriften kommen klassisch immer zum Monatsende dazu. Das heißt, wir werden also ganz sicher die 4.000 der Marke knacken. Das heißt, ich schätze mal, dass wir bis zu 5.000 Prozessinstanzen alleine im Januar haben werden. Gegenüber 1.000 für das Jahr vorher. Das heißt, wir reden da von einer Verfünffachung der Prozessinstanzen. Wir messen natürlich nicht nur die Anzahl der Requests, sondern wir messen auch, wie lange dauert denn so ein Request. Denn wir haben ein MDM-Team und dieses MDM-Team muss auch einen Service Level erfüllen. Und dieser Service Level sagt heute, dass also die Anlage eines Materials, eines Vendors oder eines Kunden nicht mehr als 24 Stunden dauern darf im MDM-Team. Und ich habe mal hier gezeigt, das MDM-Team hat also hier in dem Block, in dem Change-Prozess oder in dem Create-Prozess jeweils einen Schritt, nämlich die Freigabe des jeweiligen Prozessschritts. Und da müssen wir also sehen, dass wir die innerhalb von einem Tag steuern. Man sieht auch die Anlage, das sind diese Request-Schritte, die finden statt innerhalb von einem Tag in der Regel. Das heißt, der Requester tippt seine Daten ein und schickt es ab. Ich habe das ja in wenigen Minuten gemacht. Aber es gibt auch immer mal wieder Prozesse, die vergessen werden, die dann zwei Tage oder eben auch mal, hier sieht man, acht oder zehn Tage dauern können. Das heißt, das sind diese Langläufer, wo jemand einen Request gestartet hat, aber ihn nie abgeschickt hat. Das sind Dinge, die wir einfach überwachen müssen, um nicht endlos viele offene Prozessinstanzen zu haben. Des Weiteren können wir hier in dieser Chart auch schön sehen, dass das MDM-Team mit seinen Schritten, das wären diese MDM-Schritte und auch das RBS-Team, was organisatorisch dazugehört, in der Regel innerhalb seines Service-Level von einem oder kleiner einem Tag bleibt. Wenn wir das nochmal runterbrechen, auch die einzelnen Prozessinstanzen, hier sieht man mal das Beispiel, das ist ein Ausschnitt von einigen von diesen tausend Prozessinstanzen. Also hier gab es einen Change-Prozess für diesen Vendor und der wurde innerhalb von wenigen Minuten, also die Einheit ist halt Tage, aber das sind dann 0,089 Tage. Das heißt also, innerhalb von wenigen Minuten wurde dieser Request abgearbeitet und das ist genau das, diese beiden roten Balken, an denen das MDM-Team gemessen wird und auch beurteilt wird. Hier sehen wir mal ein Beispiel eines solchen Standard-Reports, das heißt der SLA, das Service-Level-Requemen sagt, die Anlage von Vendor Master-Request innerhalb von 24 Stunden, das Tage davon, 90% müssen erreicht werden und hier sieht man also für UK und Ireland, die gehören organisatorisch zusammen, haben wir dort im Juni bei 97% gelegen und für den Vendor Master von Italien haben wir ebenfalls bei 97% gelegen. Das heißt, hier hat man also den Service-Level erfüllt, das sieht man an diesem Plus hinten dran. Im Juli war es dann sogar noch besser, aber da sieht man auch deutlich die Urlaubszeit, Entschuldigung, ich bin weiter gesprungen, die Urlaubszeit, die dazu führt, dass auch die Anzahl der Request runtergegangen ist. Für den Customer Master, den haben wir eigentlich offiziell erst im September gestartet. Wir haben vorher auch diesen Service-Level gemonitort. Dort fand auch eine Anlage statt, nämlich direkt im ERP und da sieht man schon die Schwierigkeiten, den Service-Level zu halten. Das war einfach mit den damaligen Zeiten nicht möglich. Hier müsste ich mal den neuen Standard-Report raussuchen. Also Stand heute gehe ich davon aus, dass wir auch hier bei 97% bis 99% Erfüllung sind. Hier mal ein Beispiel, wie wir diese Langläufer auch noch analysieren. Wir schauen uns einfach an, wenn die Durchschnittszeit, also die Processing Time oder die Wait Time hochgeht, wie hier in diesem Prozess, dann untersuchen wir diesen Prozess und können diesen Prozess gegebenenfalls abbrechen. Hier sieht man also 100 Tage, das ist natürlich viel zu lange und davon gehe ich aus, dass wir solche Prozesse dann einfach entweder schreiben wir die Requester an oder wenn es sehr viele ist, dann werden die manuell gestoppt. So, jetzt sehe ich hier eine Frage. Die Anzahl der Prozessinstanzen sind ja maßgeblich für das Sizing. Wurde hier beim Sizing richtig geschätzt? Setzt man auf eine virtualisierte Umgebung und baut immer weiter Hardware zu? Das ist eine sehr gute Frage. Das war genau das Thema, weshalb wir dieses Slide entwickelt haben. Ich gehe nochmal zurück. Das war für uns sehr wichtig in der Schätzung, wie viele Prozessinstanzen haben wir denn und wie viele werden wir haben. Das heißt, die Schätzung deckt sich nicht ganz. Wir sind also von einer mehr als Verdoppelung ausgegangen für Brasilien. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier initial in Brasilien sehr viele Überarbeitung von migrierten Daten haben. Wir gehen davon aus, dass wir also hier ein Pief haben. Das wird dazu geführt, dass wir im Februar möglicherweise wieder weniger haben. Also ich würde schätzen, dass wir unter 3000 in der Schätzung bleiben sollen pro Monat. Wir haben uns vor etwa einem Jahr, als wir gestartet haben, mussten wir uns beschränken auf einen Clusterknoten. Dort gab es noch ein Problem mit dem SAP-Werkzeug, das es nicht erlaubt hat, mehr als einen Clusterknoten zu betreiben. Wir werden jetzt im März voraussichtlich das Servicepack 8 einspielen und dann auch mehrere Clusterknoten betreiben können. Das heißt also aktuell, diese 5000 oder 4000 Request laufen auf einem einzigen Clusterknoten, was keine Performance-Probleme mit sich bringt, aber natürlich Stabilitätsprobleme. Wenn dieser Clusterknoten stehen bleibt, dann müssen wir im Prinzip den Knoten neu starten, weil es keinen Failover-Betrieb im Raum gibt. Man muss dazu noch sagen, dass dieses Problem mit diesem einen Clusterknoten nur auftritt, wenn man eine asynchrone Prozessnachrichten in Richtung irgendwelcher Systeme schickt und dann auf eine Antwort wartet. Das heißt, wenn man, wie bei diesen ganzen A2A-Prozessen, die ich vorhin gezeigt habe, nur im BPM und im ERP arbeitet und dort keine asynchrone, sondern eine synchrone Verbuchung macht, dann hat man damit kein Problem. Das heißt, dann kann man locker auf drei, vier Knoten hochgehen und dann ist die Maschine unten drunter auch einigermaßen ausgelastet. Bei uns ist es so, dass sich die Maschine unten drunter langweilt und der Applikationsserver schon ziemlich stark belastet ist im Moment. Aber das werden wir mit einem Upgrade in naher Zukunft dann beheben. Also statt heute haben wir also keine Performance-Probleme, aber man sollte auch nochmal berücksichtigen, dass zu diesen fast 4000 Prozessinstanzen ja immer noch Tasks gehören. Denn wenn wir mal im Schnitt von jedem Prozess mit drei, vier parallelen, teilweise parallelen Tasks ausgehen, dann reden wir also wirklich von schon rund 16.000 Tasks, die dort pro Monat abgearbeitet werden. Also das ist durchaus eine Last, die auf der Maschine passiert, aber die das im Augenblick eigentlich noch relativ zügig wegsteckt. Da sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass das auch funktioniert und so. So. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon über einen Schritt hinweg. Das heißt, das Reporting und Monitoring haben wir durch. Ja, was kommt denn da noch, ist von einigen die Frage gewesen an uns im Team. Wir haben uns besonders beschäftigt mit dem Thema BPM und MDM in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren. Wir sind dabei, auch die Prozesse zu optimieren. Im Grunde genommen, wir werden dieses Jahr das System erstmal stabilisieren und versuchen, möglichst robuste Prozesse zu bekommen. Das heißt, Prozesse, wo das Fehlerhandling nicht zu einem technischen Fehler führt, sondern zum Beispiel an den Requester zurückgeht, an das MDM-Stammdatenteam. Das haben wir schon im letzten Jahr gemacht. Wo wir auch aussagekräftige Fehlermeldungen bekommen, weil es immer wieder auch Probleme gibt, dass unvollständige Daten aus der Migration heraus zu Problemen führen. Des Weiteren wollen wir auch eben genau mit im Hintergrund dieser Datenqualität, die aus der Migration stammt, möchten wir die Datenqualität erhöhen, denn mehr als 50% aller Fehler sind auf eine mangelhafte Datenqualität zurückzuführen. Das heißt, es fehlen Felder, es wurden Felder nicht gefüllt, in der Migration. Im Prozess überwachen wir das, das heißt, derjenige, der eine Stammdate requestet, muss ja dort alle Daten angeben. Wenn sie aber aus der Migration kommen und dort teilweise Regeln nicht beachtet haben, dann führt es zu Problemen, sobald dieser Datensatz angefasst wird. Das heißt, hier werden wir sehr stark uns auf ein Data-Profiling konzentrieren und diese Stammdatenqualität der migrierten Daten verbessern. und das führt dann in der Regel zu solchen Data-Cleansing-Initiatives, also hier wird es einzelne Aktivitäten geben, wo wir uns bestimmte Felder, zum Beispiel vom Materialstamm, vom Wenderstamm anschauen werden, um mit Hilfe auch einer Prozessorientierung, das heißt, dort werden einzelne Prozessinstanzen gestartet, die die Überarbeitung dieser Daten ermöglichen. und der Daniel hat ja kurz gezeigt, dieses Excel-Upload für die betriebswirtschaftlichen Prozesse im A2A-Umfeld sind genau die gleichen Prozesse, die wir dann nutzen werden, um auch solche Stammdaten Massenverarbeitung, sprich so ein Mass-Cleansing von Daten zu gestalten, nämlich ich kann es dann herunterladen, ich kann es überarbeiten, ich lade es wieder hoch und schicke es in den selben Umlauf, um meine Stammdaten zu korrigieren. Das sind die Pläne für dieses Jahr und natürlich noch weitere Länder, es werden dieses Jahr noch zwei weitere Länder dazukommen, nächstes Jahr auch der Roadmap, die hat man vorhin gesehen, kommen noch einige Länder, das heißt wir gehen davon aus, dass wir diese Lösung also in den nächsten Jahren in über 40 Länder auskommen werden. Ja, das war es soweit, ich möchte mich erstmal bedanken für IBISolution, für die Gesamtunterstützung, die Sie uns in der Projektlaufzeit geleistet haben und auch zu kurzfristigen Fragestellungen immer eine gute Antwort gefunden haben. Vielen Dank erstmal und ich gebe zurück. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank auch von mir für den umfassenden Überblick, das ist ja auch immer ein bisschen Arbeit, was man sich dann macht, die Sachen auch vorzubereiten, um da das Webinar dann auch zu halten. ein paar Fragen kamen ja während der Präsentation schon. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Moderatoren? die Kollegin zum Marketing schreibt mir gerade, bisher gibt es keine weiteren Fragen. in diesem Fall bleibt mir dann noch Ihnen einen schönen Montag, eine schöne Woche dann entsprechend zu wünschen. Falls Sie im Nachgang doch noch irgendwas einfällt, doch noch eine Frage haben, gerne können Sie uns die dann auch im Nachgang noch stellen an die entsprechende Adresse aus der Einladung oder info.ab-solution.de Vielen Dank nochmal an die beiden Moderatoren und wie gesagt, eine schöne Woche. Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Tschüss.